Oh Gott, ich komme nicht hin, Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Och Schatz, ich liebe dich doch. Auch wenn du hässlich bist, liebe ich dich. Habe ich mich wehren? Das ist gar nicht mehr. Ich habe dir eine Alternative angeboten. Kann ich dich schlagen? Ah, jetzt chillt sie wieder. Dankeschön, Benni. Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Okay, sie schlägt sich selber. Ich verdiene das. Na? Was zur Hölle bist du, Mia? Deine Frau? Maybe? Ja, mit Steuerung heile ich mich. Ja, ich wasche einmal die Wunden ab und dann bin ich geheilt. Wo ist das Messer hin? Wollte ich mir das Messer holen, aber da war keins mehr. Wo war denn das Messer hin? Ich bin tot, Ethan! Ich kann nie fortgehen! Warte mal, wie kann ich mich wehren? Achso. Au! Oh, wie viel kassiert die, ey? So viel, okay. 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 Ja, du hast deine Frau umgebracht. Hast du schön gemacht. Bin stolz auf dich. Das ist mir total, danke. Also, Jock. Telefon! Hast du deine Axt noch in der Hand? Telefon gehen. Wo ist die Axt? Nimm die Axt aus dem Kopf. Von ihr. Kind. Das verstehe ich nie. Das verstehe ich einfach nie. Oder doch die Axt nehmen. Oder wo ist es besser hin? Hier war ein Messer. Keiner zu Hause. Aktuell findest du keins. Nicht schlimm. Also, da muss mir einer die Tür aufmachen. Dankeschön. Find ich die Axt. Oh. Ach ja. Die ist weg. Dazu sagt er jetzt nichts. Achso, das ist schwere Angriff, ne? Okay. Okay. Ach, ich bin ja wieder hier. Stimmt. Ich brauch die Fuse. Hab ich eine Fuse? Ne, ich hab die Bolzensteine. Schatz, bist du hier irgendwo? Ich mein, ich hab ja nichts gegen dich, ne, Schatz? Aber... Würde dich gerne mit der Axt hauen. Weil du bist ein bisschen komisch. Will ich das? Das Tropfen hört dann auch. Ich hab eine Fuse. Ich hab eine Fuse. Umentschieden, also kann ich in Ruhe mitgucken. Achso. Wolltet ihr eigentlich was zusammen machen? Mia, ich hoffe, du bist unten. Bin ich hochgegangen. Hier ist mein Safe-Room, Mia. Du musst mich hier in Ruhe lassen. Ja, danke. Dieser Schatten, ne? Ach, warte. Nee, wait. Ich muss erst mal die Fuse unten rein tun. Und dann kann ich ob da Knöpfe drücken. Mia ist auch safe in diesem Wohnzimmer. Oder? Hier, warte. Schatz? Nein. Schatz? Hallo? Mia? Irgendwas noch drücken? Boah, Alter. Ich wusste doch, dass du in dem Scheißraum bist, ey. Das ist doch so komische Flecken im Gesicht, tatsächlich. Komm, geh weg. Der kriegt aber auch ganz schön viel ab in seiner Hand, ne? Das muss ich tun. Drücke, Maustaste. Aber ich kann nichts machen. Ich kann mich da ran, kann ich mich nicht mehr erinnern, ey. Ich verspreche dich Messer. Du blutest ein bisschen. Kann ich dich heilen? Kann ich nicht. Nimm deine Hand mit. Finde ich gut. Kannst du noch gebrauchen. Heißt das, ich kann jetzt die Axt nicht mehr verwenden? Dann ist das Scheiße. Mia, dafür werde ich dich hauen. Ganz hart. Wir wollten Sackboy spielen, aber hat sich spontan für Valhalla entschieden. Valhalla ist doch viel besser. Morgen spielen wir wieder Valhalla, Leute. Also morgen tagsüber definitiv und Sonntagabend dann wieder regulär. Können wir bei Valhalla mal weiterkommen. Mal müsste eine Hand gehen. Nö. Das sieht so geil aus mit dem Stumpen. Warte. Was muss ich denn? Nee. Ich muss erstmal mit der Steuerung hier klarkommen. In den Müll schmeißen. Angucken. Da ist noch gar kein Blut dran. Warum? Ja, vielleicht geht das jetzt gleich, wenn wir angeklopfen werden. Hier ist eine Puppe, Leute. Wir lieben Puppen. Oh Gott. Meine Skills und Schießen. Steelen, schießen. Steelen, schießen. Das kriege ich stehen. Ob ich treffe, ist was anderes. Pratsy? Hallo? Mit mir? Bist du hier irgendwo? Hilfe? Ich glaube, weil ich sowas Tolles hier spiele. und Picture das ganz gerne hat, dazu zu gucken. Ich glaube, Picture möchte gerne für mich übernehmen, das Spiel. Ich habe ganz viel Munition, das gefällt mir nicht. Bye. Tschüss. Frau. Weiße. Alter, Frau. Fuck. Soll es eret ihr? Oder schießt das? Soll es der Seite... Soll es der Erschung! Das ist der Erschung! Das ist der Erschung! Soll es den der Erschung! Soll es das denn? Soll es das? Soll es das? Lass mich in Ruhe! Nein, 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 da war eine Kiste im Weg. Das war jetzt unfair. Die Kiste hat gestoppt. Da habe ich was dagegen. Ich kann mich noch nicht mal heilen. Das war doof, die Kiste lag im Weg, ey. Äh, Benni, es gibt einen Deathcounter, by the way, ne? Also ich hab den Deathcounter wieder reingemacht. Oh Mann, muss ich jetzt echt wieder alles suchen hier. Okay, ich muss aufpassen, dass die Kiste nicht wieder in den Weg fliegt. Komm, geh rein. Dankeschön, Benni. Hier war auch noch Munition. Hier auch noch Munition. Jo. Also vielleicht nicht neben die Kiste stellen. So, Schatzi, komm jetzt hier. Du musst dich töten. Geh wieder weg. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Feuer Villers Maus. Ja. Nehmt! Beide den hoch Bomben. Oh Mann! Mia, lass das. Ach, die macht die Kiste kaputt. Warum? Du sollst die Tür kaputt machen, du sollst die Kiste kaputt machen. Auch der hat noch gar nicht nachgeladen, der Dude. Weißt du das? Ah. Warum hat die denn, weißt du, die Stange macht sie kaputt, aber die Kisten macht sie nicht kaputt. Diese komische Frau. Manche Kettensäge mitnehmen. Warum nimm die Kettensäge mit? Warte erstmal nach. In den Po schießen. Wo muss ich denn jetzt hin? Willkommen in der Familie, Junge. Hallö schön, Daddy. Voll gemacht, ist sie echt toll. Ich bin jetzt in der Familie Baker. Yay. Hey. Hey, du hast einen Knackpup. Hallö schön, wie geht's dir? Was ist toll gemacht? Uh, wait. Toll gemacht habe ich ja gerade schon vorgelesen. Und Benni, schenkst du mal Primus ein paar Punkte? Gerne. Danke. So. Wo, wo bin ich? Was zur Hölle? Auf der Macht, Schlafmütze. Zeit fürs Abendessen. Wer, wer sind sie alle? Wo ist Mia? Ist das? Es ist gut. Der erkennt gut nicht mal, wenn man's ihm unter die Nase reißt. Oh, Sucke. Gott. Zeit am Ende, aber nicht schon wieder. Geh mir aus dem Weg, Marguerite. Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh Mist, oh Mist. Er ist es nicht, Jack. Er ist es nicht. Halt's, verdammte Bauern, Marguerite. Ich hab das für ihn gemacht. Raus, ihr Vater. Du bist ein Mistkerl. Ich kann es nicht glauben, Mistkerl. Er ist es nicht. Er ist es nicht. Jummi. Es soll ein ganz besonderes Festmahl sein. Komm her, Junge. Ja, hat er. Ja. Yummy. Verdammt nochmal. Ich wette, es ist wieder dieser Kopf. Verdammte Schweine. Ich komme zu dir zurück. Blums. Ja, der, äh... Ich glaube, der Daddy ist immer ganz lieb. Ich schneide gerne Körperteile ab. Queepy, oh. Die bewegt sich. Aber Omi ist die Beste. Ja, aber die ist so gruselig. Die ist so... Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Die Staatsbehörde bittet um Mithilfe drei Männer ausfindig zu machen, die am 9. dieses Monats von New Orleans zur Gemeinde Dalvi reisten und seitdem unauffindbar sind. Bei den Vermissten handelt es sich um Peter Walken, Andre Stickland und Clancy Javers. Die drei produzieren Videos für das Internet und waren nach Indolfi gereist, um Videomaterial für ihre aktuelle Produktion zu drehen. Ihre Videos behandeln hauptsächlich die Erkundung von verlassenen Häusern und Spukhäusern. Ja, die Dudes kennen wir ja schon. Dafür brauchen wir irgendwas. Was habe ich denn hier? Patronen. Wow, die Patronen hat er mir gelassen, aber die Waffe hat er mir weggenommen. Weißt du? Der... was? Was? Der unverhüllte Abgrund. Andrews, dankeschön für deinen Follow. Was ist das für ein Spiel? Hast du das Spiel noch nie gesehen? Picture. Bist du jetzt so im Ernst? Hello. Beobachtet mich doch. Kennerspiel nicht? Okay. Dann, äh, versuche ich, äh, während des Streams auch jetzt nicht sonderlich viel zu sagen, was ich zumindest schon kenne. Oder außersehen zu erwähnen. I do my very very best. Ey, die hat Bock. Ja, die hat immer Bock, ey. Ich finde die Idee hinter dem Spiel gut. Und eine vernünftige Story und Location passt. Auswahl, et cetera. Ja. Also, ich finde es auch nice. Ich habe, wie gesagt, ja noch nie einen, äh, Resident Evil Teil gespielt, ne? Also, das ist jetzt wirklich das erste Mal, dass ich das komplett selber spiele. Äh, da, da. Evelyn. Ach, da. Ähm, ich habe halt wirklich noch nie einen Teil gespielt. Und das war auch der erste Resident Evil Teil, den ich gesehen habe. Als Let's Play. Ja. Für mich komplett, äh, neu. Ist du nicht so, äh, Picture, dass du Horrorspiele guckst? Ich habe ja in den Klitschrank schon geguckt, ne? Warte, ich muss... Umi. Du lieb. Jetzt mal rein, rein klicken. Dann Escape. Oh. Ort übersehen. Noch irgendwas übersehen? Oder Schuhe? Ups. Umgeworfen. Im Story. Was übersehen? Ich glaube nicht. Ja. Ja. 25. Sein Tierhalsband. Sein Tierhalsband. Wollen wir wissen, wofür der das braucht, der Junge? Ich glaube nicht. Hier brauchen wir was. Guck nochmal grad, ob ich irgendwas jetzt übersehen habe. Ich glaube nicht. Du bist schon creepy, wenn du mich so beobachtest. Ich glaube nicht. Jetzt gar nicht jagt er mich jetzt schon. Ich glaube, der jagt mich erst, wenn er weiß, dass ich... Ich brauche irgendwas scharfes. Irgendwas, um kaputt zu hauen. Garage. Da brauche ich... Weißt du, wusst du, dass er mich noch jagt? Warte mal, war das nicht eine Safe Form? Eine Safe World? Das Problem ist, ich kann mich da letztlich nirgendwo hier verstecken, ne? Da kommt... Warte. Kam der nicht jetzt hier durch? Irgend... 25. Aufzeitstag. Irgendwas mit Februar 2013. Kann man die nicht kaputt machen? Die muss man, glaube ich, kaputt machen für ein Achievement, ne? Wo ist der kleine Scheißer hin? Wo bist du? Hier raus? Fuck! Nein! Tschüss! Fuck! Ich wollte einfach nur schnell... abhauen. Okay, ich glaube, ich sollte mich dann doch eher noch in der Garage stecken. Oh mein Gott. Hallo, Daddy. Wenn du Daddy spielen. Danke. Kann ich nicht hier einfach die Luke aufmachen? Warte. Hey shouting, du bist schon ekelhaft! Oh,ích, ich sag mal! Guck ich hier! Lass dich hier! Jetzt 36% Kannst du dich nicht mal gerade verpieseln, Mann? Oh Mann, Dude! Kannst du mal woanders hingehen, Daddy? Verleckst mich doch, Morsch! Doch. Kann doch nicht mal um die Ecke lunxen. Ich warte! Ich bin da! ETHAN! 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 Das war's, ich war's. So ein Wasser will ich auch, ja, ne? Einfach mal legit das Bein geheilt, so. War abgehakt, aber hey, scheiß drauf. Hab ich noch was zum Healen? Nee. Können wir nochmal mit den Antiken... Ach, ich schreib, damit konnten wir auch irgendeine... War nicht nur zum Looten, damit konntest du irgendwas machen. Irgendwas Dingsen. Ich bin im Safe-Raum, ne? Oh, geil. Miefen furchtbar. Ey, Ethan, ich glaub nicht nur, dass die Socken hier furchtbar miefen. Ganz ehrlich. Ich glaub, hier miefen einfach alles. Hier können Objekte... Hier können sie Objekte verstauen. Mehr von mir, brauchen wir nicht. Objekte im Inventar kombinieren. Ah, flüssige Chemikalien und Kraut. Damit können wir was zum Healen machen. Warte des Haupthauses. Okay. Paper. Schwitsch mit Geruch. Was hab ich jetzt? Dietrich, ne? Okay. Ich will mich ehrlich gesagt eigentlich noch nicht healen. Würde die gern kaputt machen. Hab ich nicht schon ein Messer oder so? Nee, ne? Also zwei Stück sind hier im Haus. Muss ich noch irgendwie kaputt machen. Okay. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017